Yoho Super Mario Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Dein Super Mario Maker Level. Ja, es ist lange her, dass jetzt Super Mario Maker Videos kamen, aber ein wenig Krieg mit meiner Capture Card geführt. Also die A4 Media Karte hat ja erstmal eine Zeit lang gar nicht mehr funktioniert. Und die Elgato Capture Card ist jetzt seit dem letzten Patch komplett kaputt. Und zumindest, egal was ich mache, ich kriege sie nicht mehr zum Laufen. Egal in welchem Computer ich sie stecke, egal in welcher Slot sie funktioniert, gar nicht mehr. Und sage jedes Mal, nee, sie müssen aber anders anschließen, sonst kann ich nichts Capture nicht so. Da ist das HDMI-Kabel drin, es ist so wie immer. Ich habe nichts geändert. Random. Also anscheinend ist die Karte kaputt. Naja, ich schicke sie auf jeden Fall wieder zurück und ich hoffe, ich kriege mein Geld wieder und nicht eine neue Karte, sondern ich will sie nicht behalten. Ich habe die A4 Media Karte wieder zum Laufen bekommen. Ich habe mich heute hingesetzt, den gesamten Sonntag lang und vier Stunden lang einfach alle Workarounds, die man machen kann, ausprobiert, um sie wieder zum Laufen zu kriegen. Und siehe da, es hat funktioniert. Ich weiß zwar jetzt nicht, was davon funktioniert hat, aber auf einmal nach dem hunderttausendsten Neustart, Toi Toi Toi, dass das nicht noch mal so passiert, läuft sie wieder, ordnungsgemäß, lustig, lustiger als vorher und anständiger denn je. Ich bin glücklich und zufrieden darüber, das bedeutet, das können wieder Super Mario Maker Level Videos kommen. Ich hatte eigentlich eins aufgenommen, zwei Stück sogar, aber aufgrund von Soundbugs da drin und dann kam ich eh nicht zum Hochland. Ich habe gesagt, okay, die Soundbugs sind nicht so schlimm. Das Geknacke von der Elgato-Karte ist nicht so dramatisch. War es leider doch. Und nachdem ich dann die letzten Tage auch nicht dazu kam, sie hochzuladen, einmal weil es an einem Tag nicht ging, dann war ich weg, dann hat YouTube nicht mitgemacht und wäre es zu spät gewesen, habe ich mir gedacht, okay, weg mit den Parts. Was soll's, egal, tschüss, brauchst du nicht, ist gut. Und machen wir lieber jetzt frisch und aktuell weiter mit dem neuesten Patch. Ja, es gab einen Patch. Ein Update. Ist das nicht toll? Guck mal, da ist jetzt ein Toad, der uns einen Stinkefinger zeigt. Event Level, wir können jetzt Event Level spielen und damit versteckte Figuren freischalten für unsere, ähm, ja, Superpilze, unsere Fragezeichenpilze. Und zum anderen gibt es jetzt Checkpoints und noch ein paar andere Kleinigkeiten, die sie überarbeitet haben. Und, ähm, das ist eine ziemlich coole Idee, solche Event Level ins Spiel zu bringen, die Leute bei Events erstellt haben und damit haben sie halt dann dementsprechend gewonnen und, ähm, sie sind dann, ähm, quasi hier für uns als, als, äh, Sonder-Special-Event. Lieber, ich wollte gerade sagen, das ist da unten natürlich geladen, jetzt geht's wieder. Anscheinend wird's da wohl viel mehr geben oder mal irgendwie eine größere Auswahl und vielleicht, äh, können wir auch mal irgendwie an Events teilnehmen oder so. Ich freu mich da schon sehr drauf. Und da werden wir uns jetzt heute ein Level von vornehmen und eins selber bauen. So, jetzt kommen wir zum Halloween-Gewinnspiel. Ich wollte einen Livestream machen am Sonntag, nicht diesen Sonntag, letzten Sonntag. Aber ich war noch in Berlin, weil mein Zug ausfiel und ich musste noch einen Tag länger bleiben und kam dann nicht rechtzeitig nach Hause und war fix und fertig. Und dann, als ich gedacht hab, okay, kannst du aber auch in der Nacht noch den Halloween-Stream machen, ging die Elgato nicht und dann hab ich lieber Isaac gespielt. Weil das war so random und da hätte ich Stunden gebraucht, bis das wieder, naja, äh, Ausreden, Ausreden, Ausreden. Und dann hatte ich die ganze Woche, war wie gesagt, der Flow war schlecht und, ähm, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie wir das mit dem Halloween-Gewinnspiel machen wollen. Halloween ist vorbei, trotzdem ist der November ein düsterer, gruseliger, herbstlicher Monat. Und ich denke, da passen Halloween-Level sehr gut rein. Ich würde jetzt sagen, und ihr müsst mir sagen, ob das okay ist oder nicht, ähm, ich werde im nächsten Video das Gewinner-Level auslosen, es spielen. Und wenn ich es als Super Mario Maker 4 Kids mäßig befinde, dann, ähm, bekommt dieses Level den Preis. Ansonsten werden wir so lange Level spielen, bis wir eins finden, was halt wirklich 4 Kids ist. Soll heißen, ich darf nicht in der Ecke sitzen und weinen, wenn ich das spiele, weil es zu schwer für mich ist, sondern denkt mir, ach ja, das fühlt sich richtig an. Es bedeutet aber, ähm, der Gewinner obliegt sowohl den Zufall als auch meiner subjektiven Meinung. Und das bedeutet, ihr müsstet damit einverstanden sein. Erst hatte ich das ja gesagt, wir machen es mit der Community zusammen im Livestream. Aber, ähm, ich habe ein paar Probleme mit OBS und meiner Alpha-Media-Karte. Deswegen ich das Ganze jetzt hier auch, ähm, per Glück Pi mal Daumen mit der Alpha-Media-Recentral-Software direkt aufnehme. Also, ähm, hoffe einfach mal, dass es okay so. Ich muss euch nur fragen, ob das für euch für okay ist, weil ich kann es nicht streamen aktuell. Ich kann es nicht streamen. Aber wir könnten halt das dann so machen. Ist das in Ordnung so? Soll ich das Halloween-Gewinnspiel so auflösen? Ist das okay so, ja? Wäre das, wäre das, wäre das, wäre das was für euch? Hä, okay, gut. Lange gequatscht, viele Informationen rausgeschleudert, fünf Minuten lang völlig Nonsens spielen wir Arino-Mekka. Dieses Level hat Arino Kacho gebaut, bekannt aus der japanischen Videospiel-Sendung Game Center CX. Hier ist ein persönlicher Kommentar des Kacho-Pücks persönlich. Es gibt nicht nur eine Route zum Ziel. Wenn ihr beim letzten Weg einen Fehler macht, müsst ihr Demut zeigen. Ähm, ähm, ich bin, ich bin neugierig. Ich möchte spielen, bitte. Ich will spielen, lass mich spielen. Lass mich doch spielen. Ja, ich darf spielen. Ui. Wie, Mario. Oh, ich habe so lange schon nicht mehr gespielt. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ohne Kommentar, bitte. Also klar, dass das nicht richtig ist. Ah, ich wollte gerade sagen, ja komm, was rausch. Hier runter, ich vertraue dir. Hier rein, vielleicht. Und drüber, ne? Nein. Nein. Oh, alles gut. Person hat dann alles gedacht. Seht ihr? Das meine ich damit. Wenn ihr ein Level baut, bei dem man, ähm, wow, unterfallen kann und dann nicht mehr weiterkommt, dann ist das natürlich doof. Aber hier hat man die Möglichkeit, durch Blöcke wieder nach oben zu kommen. Auch wenn man versagt, hat mehrfach Hust. Das ist, das ist gut. Das ist... Sag mal, was ist das denn jetzt hier? Reiß dich doch mal zusammen, Mario. Jetzt darf ich aber nicht nochmal was antischen. Ich kann doch nicht mit Trampolins umgehen. Bring hoch mal. Soll ich hier gar nicht hin? Oh. Äh, äh, was? Aber ich kam nicht und die Kamera ist nicht mitgescrollt. Und was soll ich tun? Was ist denn nur passiert? Oh. Da. Ja. Hat gut geklappt. Hab ihn fast bekommen. War nur ein Pixel zwischen mir und dem Stern. Okay, Vorsicht. Jetzt springe ich gleich hier hoch. Mach die da platt. Aktiviere die Bomben. Mach den da schnell noch weg. Und hab vergessen, dass die Bomben mir dann auf mich zulaufen. Und habe dementsprechend versagt. Das Level ist ja nicht hübsch und ich verstehe auch nicht, was da steht, weil ich kein Koreanisch kann. Ich meine mal, es wäre koreanisch. Aber ich, äh, ich meine... Ich hatte irgendwie noch die ganz wahnwitzige Annahme, ich hätte den Stern noch, obwohl die Musik schon längst vorbei war. Okay, 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 okay. Ich spreng das jetzt. Sehr gut. I got these. I got these. Okay. Alles kein Problem. So weit waren wir schon mal. Ein bisschen Respekt gerade vor der Koopa da oben. Genius, Honey, Genius. Du bist dir genau da runtergefallen. Wie beim letzten Mal auch. Das machst du ganz toll. Jetzt bleibst du einfach da mal stehen. Ja, mehrere Wege hieß es, ne? Bitte? Mehrere Wege zum Ziel. Oh Gott, wie komm ich jetzt... Alles gut, ich hab die Koopa alle dicht. Kein Grund zur Panik. Alles schön, alles fein. Da muss ich springen? Ist das euer Ernst? Glaubt ihr etwa... Ich kann... Ja, alles gut. Wollte gerade sagen, ich glaube, das Spiel erwartet von mir, dass ich diese Dinge hier tue. Das ist lustig. Ich muss erst mal hier wieder springen. Alter. Warum, warum, warum? Wieso, wieso, wer tut denn sowas? Bin ich hier richtig? Ich befürchte, nein. Ach nee, guck doch mal. Ich bin einfach gesprungen. Ist ja so richtig so... Was soll schon? Lief gehen. Ich muss wahrscheinlich jetzt hier rüber. Aber wie komm ich von hier aus wieder irgendwo hin? Was soll das mir sagen? Du hast verkackt, Junge. Oder was soll mir das sagen? Hä? Wie, wie... Ah, ich hab ne Idee! Was, auch, auch, auch... Okay, das war jetzt nicht so genius, aber ich... Bin grad gefreut, dass ich auf die Idee gekommen bin, mich einfach zu drucken und... Okay, gut. Das war schlecht. Aber ich habe das Level beendet. Darauf kommt es an. Nicht wie oder wie gut. Was ist das denn? Ach, wir haben ehrlich die Leute als spielbare Figuren mit hineingebracht? Den Arino Kaccio? Kaku? Kaku? Kaccio? Vom Game Center City? CX? Entschuldigung. Ist das denn Smiley? Haben die wirklich als Figur spielbar reingebracht? Weil der bei dem Event dieses Level gestaltet? Das ist ja toll! Oh mein Gott, Nintendo, ihr seid sowas von... Hm. Man möchte euch alle knutschen. Ja! Oh, der ist ja süß! Oh, ist das cool! Arino Maker Returns. Ach, guck mal, da hat er schon wieder. New Arino Maker. Der Wahnsinn. Super-Bakarism-Land. Super-Bakarism-Land! Dieses Level hat der Komiker Bakarism gebaut, der in Japan auch in Werbespots für Super Mario Maker aufgetreten ist. Hier ist ein Kommentar von Bakarism. Ich bin ein großer Fan von Mario und seinen Spielen. Diesen Level habe ich mit allerlei kleinen Gemeinheiten vollgestopft. Abschlussrate! Acht Prozent! Ach, er guckt schon so, dass wir... Nee, du willst verkacken. Nee, du willst verkacken. I got this. Challenge accepted. Super-Bakarism-Land. Hey, dum, dum, dum. Tschüss mit dir, Mann. Ich sterbe nicht am ehesten Koopa. So bekloppt bin ich dann auch nicht, Mann. Guck mal, hier sind tolle Sachen. Hey, da oben hat die sich jetzt hier festgesetzt. Ich hau dem Koopa auf den Kopf. Da kommt ein Dicker raus. Das gefällt mir so gar nicht. Verdammt, jetzt hätte ich darüber springen müssen. Ich koche mich leider nicht mehr zurück. Oder doch? Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ich hätte bestimmt... Irgendwie... Das hätte ich... Also theoretisch... Ich habe keinen Plan. Aber ich habe ihm noch mit meinem Fuß voll auf die Wange gehauen. Der hätte davon auch platt werden. Ich bin am ersten Koopa gestorben. Seriously. Hey, ich versuche das nochmal mit Musik. Na, was weint ihr dazu? Soll ich mitsingen oder nervt es zu sehr? Ach man, ist mir doch egal. Hey, guck mal, da sind Piranha-Pflanzen. Hey, da kann ich jetzt drüber gehen. Ja, wenn ich mitsinge, bin ich irgendwie viel konzentrieter. Keine Ahnung, wieso das so ist, man. Ich habe... Und dann hat er sich den Kopf gestoßen? Und dann ist er nicht mehr weit genug gesprungen? Und dann sind Dinge passiert? Und dann ist die Situation eskaliert? Und dann kam Chuck Norris und hat mir... Also er war natürlich unsichtbar. Wie jetzt gerade schon wieder. Voll mit seinem... Nasenhaar ein Auge ausgestochen. Kennt er doch. Kennt man doch so einen unsichtbarer Chuck Norris, der einen in Videospielen ständig tötet? Das ist nichts Neues. Oder? Uh, 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 uh. No risk, no fun. Ich wollte nämlich gerade springen. Jetzt ist das hier gerade... Mega... Ich hatte es geschafft und dann bin ich... ...auf der Koopa gelandet. Not again, not again. I've seen you. Ups. War nicht beabsichtigt. Toll. Jetzt hier... Guck mal. Den Pilz! Witzig, ich will den... Nein, ich will doch nur den... Äh. Pilz. Wisst ihr was? Das habe ich geahnt. Ich gehe jetzt erstmal. Wartet. Wisst ihr doch immer hierher? Doch. Vorsicht. Alter. Theoretisch müsst ihr mich ja treffen, ne? Uh, Gott. Ich kann gar nicht hingucken. Jetzt mach alles weg. Stört meine Existenz. Oh, toll! Das hatte ich zwar gar nicht beabsichtigt, aber gut. Was auch nicht. Bin bestimmt dazu... Witzig, ich trau mich nicht! Ich kann doch mit diesen komischen Dingern nicht umgehen. Was passiert da? was? Ich hab da böse Dinge gehört. Höre Feuerbälle. Höre ich Feuerbälle? Hört ihr auch Feuerbälle, oder? Das ist nur wieder... Hör doch mal! Spring doch mal! Jetzt lass das doch mal. Ich kann das nicht. Ich kann das doch nicht. Mir ist egal, ich geh jetzt. Tschüss. Nee! Geh runter, nein, alles gut. Hey, zu da! Hey, guck mal! Wow! Hey, hey, wartet doch auf mich. Wow! YOLO! Wie? Wie? Das ist geil! Okay, das war lustig. Das hat mir gefallen! Zu mir ist nichts passiert. Ich hab das jetzt hierhin gekriegt. Mh, mh. Oh, mal gut. Um was? Pock! Mh, mh, mh. Hopp! Leid! Pock! Pock! Ich hatte gerade für so drei Sekunden die Befürchtung... Ich hatte für drei Sekunden die Befürchtung, dass ich das jetzt ruiniere. Ruinieren! Ruinieren! Oh, ich kann da gar nicht hingucken! Die Räte speist ihm die ganze Zeit in den Kopf! Ey! Geh doch mal da weg, man! Guck dir das an, ey, man! Du, beißt voll, das ist voll... Vorsicht! Hey! Alles gut. Hey! Hey! Hey, du da! Hey! Hey! Komm doch mal her! Tschüss! Ich bin... Ich bin von da... Da ist einer... Ups! Ja, sehr schön. Da ist einer weg. Ich möchte bitte hier... Bitte weg! Weg, 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 weg! Weg! Wie, da steht ich so da rein? Da steht doch da! Ich soll rein da! Vor die Rollröhre. Dann ist es die Röhre! Puh, das ist... Ey, wie gemein! Ah! Was? 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 Wer baut denn sowas? Das kann ich nicht! Der soll ein Komiker sein! Ist jetzt ja zum Schreien komisch! Die teilen sich auf! Die haben sich abgesplittet! Jetzt, 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 jetzt! Nee, 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 nee! Nee! Ah! Ja! Das ist ein sehr nettes Level! Das hat ein sehr netter Mensch gebaut! Sehr viel Hass auf andere Menschen! Auch nicht! Jetzt ist doch eigentlich auch das Update draußen, dass man diese aufeinander aufbauenden Power-Ups nutzen kann, oder? Dann halt nicht, ich wollte eh keine Feuerblume, um später gegen die Cheep-Cheep-Fische besser klarzukommen! Huch! Oh, komm, bitte, geh da einfach weg! Guck mal! Was ist hier über die... Ja, äh, äh, die Dinge sind passiert! Ich wollte noch was bauen! Wartet, ich wollte noch was... Nein, das... Nein, das... Nein! Was ist denn... Wollte noch... Wollte noch... Ich wollte noch was... ...bauen! Wollte noch gucken, was es alles Neues gibt! Ein andermal, Mr. Baccarisim! Ein andermal! We will meet again! Okay! Nein, kein Unterwasser-Level! Das war mit nem Luft-Level! Im Super Mario-Brasa-Style! Und dann... ...Geräusche! Gleich, wenn man anfängt, gibt's fette Musik! Nein, nicht... ...soll da sein, so! So, nur mal so zum Rum-Trollen! Und... Ist noch meine Sortierung? Ja, ne? Bin ich gewohnt! Ey, halt! Ich wollte doch hier... ...da! Nur so kann ich das machen, okay! Ich hab kaum was freigeschaltet! Da! Awww! Keine Musik! Dann so! Wenn man das jetzt spielen würde, dann würde man sofort... Ihr macht eigene Geräusche! Wie toll ist das denn? Ich will auch meine eigene Super Mario-Maker-Figur! Wie ist das? Oh mein Gott, ist das cool! Boah, die müssen auch sowas machen! Keine Ahnung, von Musician oder sowas! Ich möchte Musician spielen! Oh, ich hoffe, es gibt mal so Wettbewerbe, bei denen man da mitmachen kann, wenn man Glück hat! Oh, ist das cool! So, wie ist denn das jetzt mit den Checkpoints? Muss man die erst freispielen? Oder wo... Wie macht man die jetzt? Ähm... Hier irgendwo ein neues Interface oder so? Gehen wir mal auf den Fragezeichen-Blog und gucken, was da steht! Wir haben gesagt, es gibt jetzt Checkpoints! Jo... Entspringen, ducken, Türen betreten, klettern, schwimmen... Inhalt... Ziel... Fragen und Antworten... Ändrig die Länge... Baumeister-Favoriten hinzu? Nein! Weisheiten entscheidet sich für ein Thema... Ich gehe nur gerade durch, ihr könnt das nicht sehen! Techniken... Irgendwie das Gefühl, da ist das nicht! Wie baut man das jetzt, den Checkpoint? Ist irgendwas Neues? Ich sehe nichts Neues! Was ist das hier unten? Was ist das? Kenn ich gar nicht! Was ist das für eine Leiste? Kann man hier Sachen hinziehen? Kann man da was hinziehen, aber irgendwie... Ich frage mich gerade, wie man Checkpoints macht... Mit dem Doppelklick oder so? Hm, hier ist auch nichts... Moment, das google ich jetzt! Ahem... Und dann... Super... Mario... Maker... Checkpoint... So... Neue Updates bringt Checkpoints! Ähm... Dopp-dopp-dopp-dop... Wie sehen die denn aus? Da steht gar nichts dabei... Event-Level angepasst... Äh... Auch endlich Checkpoints! Müssen Spieler nicht mehr... Ja, und wie sehen die aus? Bilder schon! Optionen... Zeit... Letzten 24 Stunden! Bin das gar nicht mit den Checkpoints! Musik ist cool hier drin! Ich hab noch nie mit diesem Mario-Style, ähm... Äh... Nein... Ein... Ein Luftschiff gebaut! Das ist ehrlich gesagt ziemlich cool, da kann man ziemlich viel mitmachen! Äh... Nein! Auf der Webseite steht auch nichts! Und die Checkpoints sind nicht... Wahrscheinlich muss ich vielleicht Twitter benutzen und Leute fragen, die das wissen... Are there Checkpoints in this game? If not... The V-Cell update has... Editing Checkpoints... Dopp... Zeit ermöglicht jetzt Checkpoints... Ah, nein! Das ist... Werbung! Funktion 1... Moment, wo ist das? Hier, hier wird's erklärt! Super Mario Maker! Das war ein Video! Das gucke ich mir jetzt an! Kostenlose Software-Update! Fünf neue Funktionen werden am... 5.11. verfügbar! Schauen wir uns das mal an! Funktion 1... Wenn man einen Wegweiser schüttelt... Wird er zum Rücksetzpunkt! Hab ich mir fast gedacht! Oh, ein Rücksetzpunkt! Oh, ein Rücksetzpunkt! Könnte man hier oben sich einen Checkpoint erarbeiten? Und das muss ich mal ausprobieren! Oh, nicht so! Funktion 2... Wenn man eine Feuerblume platziert... Und einen Superpilz darauf setzt... Dann... ...bekommt man als kleiner Mario einen Superpilz... ...und als großer Mario eine Feuerblume! Oh, endlich! Das ist die Mechanik, die ich total vermisst habe! Können wir auch gleich mal ausprobieren! Möchte ich auch gleich mal ausprobieren! Okay! Also wir haben hier schon einen Block! Und wenn man es geschafft hat, den zu behalten... Ähm... Muss schön aussehen! Ähm... Ästhetiker! Ja, das kann man... Ästhetiker ist ein Wort! Gumbas! Wir müssen noch ein bisschen Gegner hier unterbringen... ...die das Ganze schwieriger machen! Nicht Gumbas! Kupas, meinte ich! Und... Ja, haben wir die Pilze! Und jetzt haben wir hier eine Feuerblume! Und dann setzen wir dann wieder Pilze drauf! Ja, und dann kommt die da rein! Und das Gleiche kann man dann überall machen! Wenn man das halt technisch einsetzen möchte! Einfach mal... Ich will einfach mal gerade herum experimentieren! Was ist die dritte neue Funktion? Wenn man einen Mamm verschüttelt... ...und schüttelt... ...und schüttelt? Ach, dann... Dann kann man dieses... Kann man... Kann man das... Fliegen-Level... Bekommt eine anspruchsvolle Version der Fliegenjagd! Eine anspruchsvollere Version der Fliegenjagd! Oh! Ich bin noch schlecht darin! Ah! Katze, schüttelt! Yeah! Wuhu! Oh Gott, ich bin doch schlecht im Sinne. Anspruchsvollere Version. Warum anspruchsvoller? Ich konnte schon die leichte nicht. Rumpen musste man unbedingt platt machen, weil die sonst einem Zeit kosten. Der Hund ist total happy. Was? Was, was, was? Wie soll ich... Is this even possible? Or just for Asian people? Awesome. Was war das? Das war das nächste. Ein anderes Update ist... Funktion 4. Hier kann man jetzt... Wir sind aus aller Welt. Geht man auf die Ersteller. Baumeister suchen. Da gibt es das offizielle Baumeister. Nein, das wollte ich nicht. Und das sind jetzt... Wittig. Okay. Offizielle Baumeister. Und dann noch diese Events, die ich euch schon gezeigt habe. Ja, okay. Das ist gut zu wissen. Faszinierend. Okay, äh... Ich möchte aber wieder zu meinem Level zurück. Hab das jetzt gespeichert? Kann ich jetzt da weitermachen? Ich wollte das ja noch spielen und das auszuprobieren. Das ist voll gut. Ja, wir würden jetzt eine Feuerblume kriegen. Und da sind wir aber leider halt Mario mit. Aber weil wir ja groß waren, haben wir so eine bekommen. Angenommen, wir sind klein. Ich kann mich nicht klein kriegen. Egal. Also ich hole jetzt den... Ich hole mir jetzt den Checkpoint. Oh, lass mich hier runterfallen. Achso. Ich würde aber da wieder starten. Ich kann das Level ja nicht... Ja, er setzt mich jetzt zurück. Aber das läuft ja mit den Checkpoints. Okay, cool. Schönes Update. Das ist eigentlich das, was wir die ganze Zeit unbedingt gebraucht haben. Ich bin begeistert. Seid ihr begeistert? Ich bin begeistert. Okay, nochmal zu den Fragen am Anfang. Zu dem Halloween-Event. Schreibt es mir in die Kommentare, bitte. Ich brauche da eure Unterstützung. Und ihr dürft übrigens auch gerne eure Level überarbeiten mit neuen Flaggen und sowas. Und mir die neu einsenden. Nicht mit dem Halloween-Event, sondern wenn es um Super Mario Maker 4 Kids geht bei der Google-Plus-Seite. Das kann man alles überarbeiten. Das ist kein Problem. Das können wir alles editieren. Die Halloween-Level bitte drin lassen. Also, wer hat halt, wie gesagt, einen Gewinner auslosen. Und wenn das okay für euch ist, dann spielen und entscheiden, ob das Level auch den Kriterien entspricht. Aber das ist halt dann meine eigene Entscheidung, ob es den Kriterien entspricht und so. Ihr wisst schon Bescheid. Okay, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Mitschälen. Danke fürs Miteinsenden von Leveln. Für das Kommentieren von Leveln. Seid aktiv auf der Google-Plus-Seite. Redet mit den Leuten. Tauscht euch aus. Spielt die Level untereinander. Gebt Kritik und Feedback. Die Leute brauchen dringend halt einfach mal eine Plattform, wo sie halt sich so ein bisschen Feedback holen können. Das ist nicht leicht. Danke, dass ihr das immer macht. Ich freue mich auf die nächsten Level. Und ich kann das jetzt wohl mit der Alpha Media Card. Scheint super gut zu funktionieren. Wieder regelmäßig bringen. Gott sei Dank. Okay, euch nur einen schönen Tag. Tschudeloo. Tschudeloo.